Liebe Zuhörer, wir sind jetzt Ende Januar 2018, hier in unserer Zentrum auf Körabin in Indien. Wir haben diese Rahmen für die Mädchen, die lehrmsten Mädchen, damit sie überleben können und ihre Familie überleben. Wir machen jetzt gerade Menschenstück dabei, 38 Mädchen leben davon, dass sie uns schon gelernt haben in unserer Mädchen. Und sie haben ja auch ein Mütterzentrum, sie lernen die Ämsten der Armen, jetzt können sie selber die Familie versorgen. Danke für unsere Unterstützung, diese Freude, diese Gesamte auch umfassen, dass wir die Ämsten der Armen haben, nach dem 25, 40, wo er sagt, Jesus, was jeder in den niedrigsten Mitmenschen gesagt hat, habt ihr mir gesagt. Das ist, was wir tun, in Störerstände. Danke.